Western Unchained. Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen. Jörg Brühmann und Sebastian Gerstel. Howdy, howdy. Herzlich willkommen zu unserem kleinen Western-Podcast in unserem Eck des Internets. Ich bin der Sibi. Und ich bin der Jörg. Was ist der Bundesstaat, an dem er denkt, wenn man an Cowboys denkt, wenn man an Rinder denkt, wenn man an wilde Schießereien denkt, Gesetzeshüter und Outlaws? Surprise, es ist nicht New Mexico. Es ist tendenziell auch weniger Nebraska oder Idaho, auch wenn es da auch Schießereien und dergleichen gab. Ja, und auch wenn sie sich beschweren, es ist auch nicht Arizona. Aber es gibt diverse Bundesstaaten in den USA, die das Cowboy-Image in den heutigen Tagen sehr gut gepflegt haben. Und wir haben schon viel über Wyoming geredet und wir werden auch wahrscheinlich nochmal später über Wyoming reden. Aber heute geht es natürlich um einen anderen Staat. Es geht natürlich um Texas. Den Lone Star State, der Staat, der sich bis heute noch in der eigenen Kultur, dieses Ganslinger-Image, das Cowboy-Tum, die Rinderherden, fürs Selbstverständnis eigentlich erhalten hat. Wir kommen mal nach Texas, gerade südliches Texas, aber auch weiter im Norden im Texas, in Fort Worth. Das sich immer noch sehr stolz aus Cowtown, USA bezeichnet und das so bis ins 20. Jahrhundert rein eigentlich noch der größte Pferde- und Rindermarkt der Vereinigten Staaten war. Also das Cowboy-Tum gehört irgendwo einfach zur ureigenen texanischen Identität. Ja, und nirgends sieht man so viele Cowboy-Hüte wie in Texas. Also, surprise, surprise, wir reden heute ein bisschen über die Geschichte von Texas, über das, was halt so den Staat ausgemacht hat, wie er entstanden ist, beziehungsweise wie er in die Vereinigten Staaten gekommen ist. Aber Jörg, das ist ja tendenziell ein bisschen deine Baustelle hier heute. Ja, und das Witzige an dieser ganzen Geschichte ist, es fängt nicht in den USA an, sondern in Spanien. Tada! Sibi, was weißt du über die mexikanische Unabhängigkeit? Über die mexikanische Unabhängigkeit. Also ich weiß, dass Spanien eine ganz massive Kolonialwacht war, also ganz speziell in der Karibik. Man ging ja schon damit los, dass ja die Kolumbus-Expedition eine spanische Expedition war. Und dass die Spanier alles quasi, was westlich einer gewissen Demarkationslinie war, aufgrund dieser Entdeckungen der Kolumbus-Expedition quasi für sich, für die Krone beansprucht hat als spanische Kolonie. Und das jahrhundertelang ausgebeutet hat, dass sich der spanische Wohlstand in Europa, der Habsburger-Dynastie vor allem, ganz, ganz massiv aus den Einnahmen, auf die Einnahmen gestützt hat, die aus den Kolonien gekommen sind. Von Tabak, Zucker, Gold, Rum, all das. Und wie viele Namen gerade im pazifischen Westen der USA auch schon verraten, sind hier sehr viele spanische Siedlungen. Also San Francisco, Los Angeles, San Diego. Und ihr meckt schon, ich bin jetzt tatsächlich schon abseits des Themas, es sind alles Städte in Kalifornien. Aber die spanischen Besitzungen reichten tatsächlich von Texas über New Mexico bis Kalifornien, Teile von Utah. Das heißt, ursprünglich war das alles mal spanisches Land. Aber nicht ewig lang. Denn es gab schon relativ früh Versuche, wie man an dieses Land rankommt und wie man Unabhängigkeit herstellen kann. Und ein Beispiel dafür haben wir auch in einer alten Folge von uns schon über Jim Bowie besprochen. Jim Bowie hatte nämlich mit jemandem zu tun, der eigentlich Franzose war. Jean Lafitte. Und Jean Lafitte gehörte zu einer Gruppe der Philippustiere, was letzten Endes nur ein französisches Wort für Freibeuter ist. Sibi, was weißt du über die Philippustiere? Über die Philippustiere. Also ich meine, ich weiß, dass das Freibeutertum auch etwas ist, das so auch im 17. Jahrhundert in der Karibik und der Karibikraum in der Zeit, da galt zum Beispiel die Küste Kaliforniens auch noch mit dazu und auch die Ostküste von dem, was wir heute als Texas kennen. Und Freibeuter waren, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber Freibeuter waren welche, die quasi von einer Nation Kaperbriefe ausgestellt bekommen haben, die es ihnen erlaubt haben, Schiffe anderer Nationen, feindlicher Nationen anzugreifen, um quasi als irreguläre Teile, also nicht reguläre Teile der Armee, aber als erweiterter Arm der Streitkraft, Streitmacht der jeweiligen Nation die Wirtschaftswege des Feindes zu zerstören zum Beispiel. Also Handelsschiffe anzugreifen, aber auch militäre Schiffe oder auch Siedlungen und Städte anzugreifen. Es waren freie Agenten sozusagen, die aber mit den entsprechenden Briefen ausgestattet im Dienste einer anderen Macht standen. Im 17. Jahrhundert im Karibikraum gerne die Kriege in Europa, verlängerter Arm der Kriege in Europa war. Genau. Der Vorteil, warum er das gemacht hat, ist, es war relativ günstig, weil man ja quasi keine stehende Marine aufbauen musste, sondern sich quasi Freiberufler rangezogen hat, Freibäuter dementsprechend. Der Nachteil, wenn diese Leute erstmal quasi angefangen haben, ihren Lebensunterhalt mit Freibäuterei zu verdienen. Sie waren frei und sie haben Beute gemacht? Ja, und das haben sie meistens auch gemacht, als die Kriege dann zu Ende waren. Also es gibt ja den Vertrag von Regensburg aus dem 18. Jahrhundert, der quasi die Freibäuter in der Karibik beenden sollte, was sich jetzt aber die Freibäuter nicht abgeschafft hat. Jetzt kommen wir aber wieder zurück zu Texas, denn das Erste, was so wirklich mit Texas zu tun hat, hat auch mit Philippus Tieren zu tun. Denn die waren auch im mexikanischen Unabhängigkeitskrieg zu Gange. Hast du schon mal von der Long Expedition gehört? Wir haben die Long Expedition ganz kurz in der Folge mit Jim Bowie mal am Rande erwähnt. Also Jim Bowie als abenteuerlustiger Kerl nach dem amerikanisch-englischen Krieg, glaube ich war das. Und wollte quasi irgendwie Kampfhandlungen sehen und ist mit der Long Expedition damals ins noch spanische Texas gezogen, um eben Texas für die Vereinigten Staaten zu beanspruchen. Das war im August 1819, wenn ich mich nicht täusche. Das ist korrekt, genau. Einer der Personen, die da auch mit beteiligt waren, ist übrigens auch ein gewisser Stephen F. Austin. Der spielt aber gleich noch eine Rolle, denn die Long Expedition war langfristig gesehen nicht sonderlich erfolgreich. Und der kam nämlich der mexikanische Unabhängigkeitskrieg. Also meines Wissens nach, ich will das hier nur einbringen, weil wir haben es bisher noch nicht gehabt. Man kann der Long Expedition zwei Errungenschaften zusprechen sozusagen, wenn man das so möchte, aus einem amerikanisch-texanischen Blickwinkel. Die Errungenschaft Nummer eins war, auch wenn irgendwie diese ganze Long Expedition inklusive der Leute, die sich angeschlossen haben, um sich anzusiedeln in Texas, vielleicht irgendwie um die 500 Mann bloß waren, haben sie trotzdem bereits die erste amerikanisch-texanische Zeitung herausgegeben. Das wird jetzt die erste texanische Zeitung, die für ein anglo-amerikanisches Publikum gedacht war, nämlich der Negadoches Texas Republican. Der einzig und allein Propaganda-Blatt war, um sozusagen die Feldzüge zu schildern und quasi die eigenen militärischen Erfolge, was da auch gewesen sein mag, hochleben zu lassen, um dann in Amerika für weitere Unterstützer für diese Expedition zu werben. Die Zeitung hat ungefähr genauso lang gehalten wie die Long Expedition selber. Die erste Ausgabe erschien irgendwie am 14. August 1819, die letzte Ausgabe erschien irgendwie eineinhalb Monate später. Also ungefähr so lang hat das Ganze gehalten. Die zweite Errungenschaft war die Fahne, die die Long Expedition nach Texas gebracht hat, denn die Fahne, unter der die Long Expedition ihre eigene Republik unter James Long ausrufen wollten, war ein weißer Stern auf rotem Grund. Das war quasi in gewisser Weise der erste texanische Lone Star. Das sollte wahrscheinlich später auch noch irgendwie interessant werden. Ja, also der Lone Star ist ja das Symbol von Texas heute noch. Man spricht ja auch vom Lone Star-Stick. Aber wie gesagt, die Long Expedition war, also sie hat es zumindest nicht geschafft, einen unabhängigen Staat zu etablieren, denn ihr kam der mexikanische Unabhängigkeitskrieg dazwischen. 1821 wurde Mexiko von Spanien unabhängig und Texas wurde dadurch zum Teil von Mexiko. Man darf in dem Zusammenhang ja nicht vergessen, 1821 rollte, weil du das ja vorhin erwähnt hast, mit was ich weiß über Spanien und die Kolonien. Es ging ja eigentlich schon in den 1810ern los, aber 1821 rollte quasi von Mittelamerika bis runter in den untersten Zipfel von Chile eine Welle an Bürgerkriegen und Unabhängigkeitsbewegungen. Da brach quasi die Kolonialmacht Spanisch-Amerika so nach und nach zusammen. Ja, um es vielleicht im größeren Kontext zu setzen, Anfang des 18. Jahrhunderts haben wir auch Napoleon in Europa und Napoleon führt natürlich auch einen Feldzug zum einen gegen die Habsburger Österreich und zum anderen auch auf der iberischen Halbinsel. Das heißt, das spanische Weltreich brach von heute auf morgen in sich zusammen und dementsprechend brachen wir sehr viele Revolutionen los. Ja, wenn du keine starke zentrale Regierung mehr hast, dann tun natürlich die Peripherien nicht mehr zusammenhalten und vor allem auch nicht mehr zu dir halten. Genau. Aber kommen wir wieder zurück auf Mexiko, denn in Mexiko ging das ja dann auch ganz, ganz rund und damit auch in Texas. Genau, eine der Figuren, die sehr zentral ist für die mexikanische Unabhängigkeit, den Namen Kämpferbestimmt, ist General Santa Anna. Oh ja. General Santa Anna kämpft also im mexikanischen Unabhängigkeitskrieg und er streitet unter anderem die Unabhängigkeit von Mexiko. Zu dieser Zeit gehört zu Mexiko eben auch noch Texas. Jetzt muss man bedenken, dieser Landstrich war zu dieser Zeit sehr, sehr gering besiedelt und von Besiedlung sprechen wir hier von Weißen und Hispanics. Um die 1821 herum lebten ein paar tausend Menschen in Texas. Das ganze Gelände war aber relativ leer. Wenn man sich überlegt, wie flächengroß Texas ist, also ich meine Texas, wie wir es heute kennen, das hat eine Fläche von fast 700.000 Quadratkilometern. Ja, also es ist riesig. Es ist der zweitgrößte Bundesstaat heutzutage nach Alaska. Und zu der Zeit ist es aber größtenteils einfach unbesiedelt. Also wir stellen uns Texas vor, es sind große Weiden, es sind Steppen, es ist karges Land. Auch lange Zeit noch später war Texas auch noch sehr, sehr karges Land. Und die Mexikaner beschließen daher, okay, sie brauchen hier neue Siedler, unter anderem um das Land überhaupt generell zu besiedeln. Und zum anderen hat man sich gehofft, dass durch mehr Siedler die Anzahl der Comanschen-Angriffe im texanischen Gebiet auch eingedämmt wird. Weil mehr Leute bedeutet mehr Widerstand. Mehr Wehrhaftigkeit. Genau, mehr Wehrhaftigkeit. Und man entscheidet sich, die Einwanderungsgesetze drastisch zu lockern. Was aus der heutigen Sicht schon fast ironisch ist, dass die Mexikaner die Einwanderungsgesetze für Amerikaner lockern. Aber auf jeden Fall, man hofft sich Einwanderer von außerhalb, unter anderem auch aus Amerika, die sogenannten Empresarios. Und zu diesen Empresarios gehört im Jahre 1823 jemand, den wir schon erwähnt haben, nämlich ein gewisser Colonel Stephen F. Austin. Und der bekommt nun von der Zentralregierung in Mexiko die Genehmigung, mit 300 Familien im Staatsgebiet von Texas zu siedeln. Diese Siedler nennt man die Old 300. Und die Old 300 haben sich ein schweres Los ausgesucht, denn ihren Berichten nachzufolge war es ein sehr karges Leben. Man muss das Landurbo machen. Es ist sehr trocken. Ackerbau ist gar nicht so einfach. Comanschen-Angriffe und so weiter und so fort. Es ist sehr heiß. Es ist wieder stark. Also ich erinnere mich noch, ich war mal in Corpus Christi und ich habe mir einen fetten Sonnenbrand geholt, weil es halt einfach ziemlich heiß ist in Texas. Und sie sind aber dabei sehr erfolgreich, denn die Old 300 sorgen dafür, dass weitere Menschen kommen. Und wo im Jahre 1821 noch ein paar tausend Menschen nur in Texas leben, sind es im Jahr 1835 bereits 45.000 Nicht-Mexikaner. Der Großteil von ihnen Amerikaner. Im Vergleich dazu, es leben in der Zeit so ungefähr 8.000 Mexikaner in Texas. Okay, ja, das heißt also, der Zustrom aus Amerika ist gewaltiger als der Zustrom aus Mexiko nach oben, was allerdings wahrscheinlich auch ein bisschen an der innenpolitischen Lage in Mexiko derzeit lag. Zum einen das, und wenn wir uns überlegen, es gibt auch wirklich schönere Landstreiche zum Siedeln in Mexiko als Texas. Das ist auch wieder richtig. Also wenn man so die typischen Urlaubsorte sich in Mexiko vorstellt, dann würde ich auch lieber da wohnen als irgendwo im mittleren Texas. Vor allem in den Texas Hills, wir kommen noch dazu, die Texas Hills sind eine sehr spannende Gegend, weil die hauptsächlich von deutschen Einwanderern besiedelt wurden. Aber auch erst so ab den 1840ern, also wir greifen da schon deutlich voraus. Was den Texanern dann auch helfen sollte, auch was die Befriedung des Landes betrifft und auch den Schutz der Old 300 und dergleichen war, dass Stephen Austin 1827 zur besseren Organisation des Schutzes der Leute in diesem weitläufigen Land die Texas Rangers etabliert hat. Eine berittene, man könnte auch sagen, paramilitärische Polizeieinheit, weil die mussten in der Lage sein, auch eigenmächtig handeln zu können, auch wenn sie ganz alleine weit draußen sind, während die nächste Siedlung Dutzende, wenn nicht mehr Hunderte von Meilen weg sind. Und als dann die unabhängige Republik ausgerufen wurde, wurden die Texas Rangers auch ganz offiziell Teil der texanischen Streitkräfte und hatten halt damit auch bereits Erfahrung, die sie mit einbringen konnten. Und um nochmal auf Mexiko zu kommen, ich meine, Mexiko hatte bei der ersten Unabhängigkeit das Ersten Kaiserreich etablieren, brach da zusammen, dann war es wieder eine Republik, die Republik hat nicht lang gehalten. Also ja, Mexiko war nicht stabil in dieser Zeit, auch nach der spanischen, oder gerade nach der spanischen Unabhängigkeit erstmals sehr lange nicht. Ja, und genau diese Stabilität wirkt sich jetzt auch, also dieser Mangel an Stabilität eigentlich, wirkt sich jetzt auf Texas aus. Denn General Santa Anna verbietet im Rahmen seiner Zeit als Präsident unter anderem die Sklaverei in Mexiko. Und wir halten uns vor Augen, die amerikanischen Einwanderer kommen aus dem Süden der Vereinigten Staaten und sind dementsprechend auch sehr viele Sklaverei befürwortet. Es kommt also zu Spannungen. Hinzu kommt, dass im Jahre 1830 die Vereinigten Staaten bereits schon mal ein Angebot gemacht haben, Texas zu kaufen, woraufhin die Mexikaner 1830 die Immigration aus den USA beschränken wollten. Was natürlich nichts geholfen hat. Die Zahl der Immigranten wuchs. Und nur, um das mal ganz kurz auch einzuordnen, das ist natürlich eine sehr amerikanisch geprägte Sicht der Dinge. Auf Seiten der Mexikaner war man der festen Überzeugung, dass die Amerikaner, die gekommen sind, sich sehr häufig auch gar nicht an die Abmachungen gehalten hatten, die vorher bestanden sind und sich quasi sehr viel mehr Ländereien unter den Nagel gerissen haben, als ihnen eigentlich zugesprochen worden wäre. Wir hatten es auch ein bisschen in der Folge mit Chibui, der sich ja sehr als Landspekulant betätigt hat und auch in St. Louis schon, sagen wir mal, nicht unbedingt sich ganz an Verträge und an den Wortlaut des Gesetzes gehalten hat und mit Land spekuliert und gehandelt hat, das ihm eigentlich gar nicht gehört hatte legal. Zumindest stand der Vorwurf im Raum. Und angeblich soll er das in Texas, also in Mexiko, dann auch fortgeführt haben. Also von daher, es war eine sehr, sehr angespannte Situation. Ja, und nicht zuletzt erinnern wir uns an die Folge über das Oklahoma-Territory, wo auch nicht unbedingt sehr verbindlich mit Zusagen über Land umgegangen worden ist. Nein, nicht wirklich. Und das Ganze gipfelte dann mit einem Besuch von Stephen F. Austin in Mexiko City, wo er infastiert wurde wegen seinen Verstößen gegen die Migrationspolitik und sich dann aufgrund von persönlicher Enttäuschung gegen einen Verbleib von Texas bei Mexiko aussprach. Und wir könnten uns vorstellen, Austin war eine sehr zentrale Figur für Texas, gerade in den ersten Jahren. Er ist der Begründer der All-300. Und das hat natürlich für sehr viel Unmut bei den Texanern gesorgt, also bei den amerikanischstämmigen, sodass es am 2. Oktober 1835 zum Gefecht von González kommt. Es kommt also, wie es kommt. Am 2. Oktober 1835 findet das Gefecht von González statt und damit beginnt der Texanische Unabhängigkeitskrieg. Die Texaner organisieren sich auch relativ schnell und wir kommen jetzt zu einer zweiten wichtigen Figur für die Geschichte von Texas. Denn am 2. März 1836 rufen die Texaner offiziell die unabhängige Republik Texas aus und ernennt General Sam Houston zum militärischen Oberbefehlshaber. Und jetzt könnt ihr euch denken, Austin Houston, das ist ja nicht unbedingt unwichtige Person, wenn man bedenkt, nach beiden sind Städte in Texas benannt. Das eine ist der Hauptstadt. Wenn du jetzt sagst, General Sam Houston, hat er diese Position bekommen, als er quasi zu den Streitkräften berufen worden ist oder hatte Sam Houston schon vorher irgendwie eine Art militärische Karriere? Ja, gute Frage übrigens. Sam Houston hatte militärische Vorerfahrung. Er war nämlich Teil der US-Armee des amerikanischen Heeres im britisch-amerikanischen Krieg von 1812 und hat später auch versucht, Gouverneur zu werden in Tennessee. Hat das allerdings nicht geschafft. Kursierten Gerüchte über Alkoholismus und Untreue und hat sich dann aber später in Nacogdoches im mexikanischen Bundesstaat Coahuayetechas niedergelassen. Spannend übrigens, am 2. März wird die Republik ausgerufen und Sam Houston wird Oberbefehlshaber. Am 6. März kommt es zu einem Gefecht, das jedem von euch bestimmt etwas sagt, denn es ist zentral für die texanische Geschichte, nämlich... The Battle of the Alamo. Genau, in der Missionsstadt Alamo werden texanische Verteidiger in einem 13-tägigen Gefecht mit Belagerung niedergerungen und die Stadt wird eingenommen. Die Alamo ist übrigens heute Teil der Stadt San Antonio, falls ihr euch fragt, wo das liegt, und ist heute noch so das Sinnbild für den Widerstand der Texaner gegen die Mexikaner. Und das ist für die Geschichte Texas und auch für die USA so bedeutend, auch für den Wilden Westen, dass ich an dieser Stelle jetzt sagen würde, wir machen vielleicht mal eine eigene Folge dazu. Wir gehen jetzt gerade mal nicht im Detail ein, aber ihr wisst, am 6. März 1836 die Schlacht um The Alamo beginnt. Und wir hatten es ja auch in der Folge mit Jim Bowie. Jim Bowie war in The Alamo dabei. Es war auch eine andere Frontier-Legende dabei, auch Politiker in den Vereinigten Staaten, der als der Stern seiner politischen Karriere am sinken war, nach Texas ging in der Hoffnung, hier nochmal einen neuen Schub zu kriegen, nämlich Davy Crockett. Und ich würde auch sagen, wir machen eine eigene Folge zu The Alamo, aber was man vielleicht durchaus vorgreifen soll, ist einfach diese Tatsache, dass die Texanische Revolution war noch relativ jung, wie es du schon gesagt hast. Die Republik Texas war gerade frisch ausgerufen. Und die Streitkräfte waren überwiegend irgendwie Freiwillige, so ein paar, ja, noch nicht allzu stark organisiert. Und mit einer Gefechtskraft von vielleicht 200 bis 250 Männern stand die Texanische Armee in Alamo einer Übermacht von irgendwie über 2000 mexikanischen Soldaten gegenüber. Also so ein bisschen die Verhältnisse mal so darzustellen. Und das gerade deswegen ist dann auch die, allein die Tatsache, dass sie es geschafft haben, fast zwei Wochen durchzuhalten, war schon so ein gigantisches Signal an den Rest von Texas, aber auch an die Vereinigten Staaten, dass hier eine ganz, ganz große Sache, die texanische Sache eine ganz, ganz große Sache ist, die da am Laufen ist. Ja, also für die Mexikaner war es auch ein Pyros-Sieg, weil die Mexikaner, also, hast du schon gesagt, ungefähr 150, andere Quellen sagen, 180 Leute haben für die Texaner gekämpft. Und tatsächlich sind alle Verteidiger von die Alamo gefallen oder getötet worden. Und die Mexikaner haben ungefähr 600 Tote zu beklagen, also ein Vielfaches davon. Quasi vier bis fünfmal so viel. Ja, und vor allem, sie haben halt auf die Art und Weise geschafft, diesen Vormarsch der Armee ins Stocken zu bringen, sodass quasi im Hinterland die Texaner sich besser organisieren konnten, besser planen konnten. Ich möchte übrigens an der Stelle noch einschieben, wahrscheinlich auch so eine Neben-Alamo, gerne vergessen wird, aber was eigentlich auch so die große Initialzündung war, dieses texanischen Unabhängigkeitskrieges, war die Schlacht von Goliath, beziehungsweise auch von der amerikanischen Sicht immer gern bezeichnete das Goliath-Massaker. Wo die, naja, die Mexikaner haben sich zu dem Zeitpunkt noch geweigert, die texanische Sache als einen Krieg zu betrachten. Für die war das quasi irgendwie eine Revolte, ein Volksaufstand gewissermaßen, oder ein Aufstand von irregulären Siedlern. Kein Krieg gegen eine souveräne Nation oder so. Und nach zwei kleineren Gefechten sind bei Goliath etwa 420 bis 450 Gefangene, die man heute als Kriegsgefangene bezeichnen würde, von der mexikanischen Armee gehalten worden. Und die einen sagen, aufgrund einer Missinterpretation eines Befehls von Santa Anna, und die anderen sagen, naja, als ein gewalttätiger Akt der Machtdemonstration gegenüber den Texanern wurden sämtliche Kriegsgefangenen oder sämtliche Gefangenen der Reihe nach hingerichtet. Mit Ausnahme von 28 Männern, die entkommen konnten und dementsprechend quasi weitergeben konnten, was passiert ist. Und fortan sollten auch in den Zeitungen durch die gesamten Vereinigten Staaten hindurch Remember the Alamo und Remember Goliath als Aufrufe und Wachrufe sagen, hier sind amerikanische Bürger von der mexikanischen Armee hingerichtet worden. Ja. Und das hat eben den gesamten texanischen Unabhängigkeitskrieg nicht nur tausende freiwillige Kämpfer besorgt, sondern eben auch sehr viel Unterstützung, auch aus den Vereinigten Staaten. Also Remember the Alamo kennt man ja heute noch als Ausspruch. Remember Goliath ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, ist aber auch sehr wichtig für den Kampfgeist letzten Endes der Texaner. Kurze Zeit drauf, am 21. April allerdings, findet die Schlacht von San Jacinto, Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Jacinto. Die Schlacht von San Jacinto statt. Und bei San Jacinto schlagen die Texaner unter der Führung von Sam Houston die Mexikaner, und zwar sehr eindeutig, und zusätzlich, das ist jetzt ein wichtiger Punkt, General Santa Ana gelangt in texanische Gefangenschaft. Das bedeutet, die Texaner erringen einen massiven Sieg gegen die Mexikaner, und das hilft ihnen jetzt auch massiv im Verlauf des Unabhängigkeitskriegs, denn weitere Versuche der Mexikaner, diese Unabhängigkeit zu unterdrücken, mit militärischen Mitteln scheitern. General Santa Ana ist in Gefangenschaft geraten und unterschreibt am 14. Mai die Verträge von Velasco, in denen er sich verpflichtet, seine Truppen von texanischem Boden abzuziehen. Und dafür soll er freies Geleit bekommen. Das funktioniert nicht ganz so, er bekommt kein freies Geleit, es dauert noch eine ganze Zeit, bis Santa Ana nach Mexikos freier Mann zurückkehren darf. Viel wichtiger sind allerdings die Geschehnisse von 1839 beziehungsweise 1841, denn im Jahre 1839 erkennt das Vereinigte Königreich Texas als unabhängigen Staat an und Frankreich im Jahre 1841. Der texanische Unabhängigkeitskrieg neigt sich also seinem Ende zu. Die Mexikaner haben keine große Chance mehr, diese Unabhängigkeit zu unterbinden. Spätestens seit zwei große Global Player sagen, jawohl, Texas ist jetzt ein eigener Staat. Das heißt, die Texaner müssen sich jetzt organisieren. Erster Präsident der unabhängigen Republik Texas wird Sam Houston und sein erster Außenminister wird Stephen Austin. Die junge Republik Texas ist allerdings von einem ganz großen Disput geprägt, denn es gibt in Texas zwei Lager. Die einen um Sam Houston sagen, wir müssen uns ganz schnell den USA anschließen. Also Sam Houston ist ein sehr großer Befürworter eines Anschlusses, während sein Nachfolger Mirabeau B. Lamar für eine unabhängige Republik plädiert. Und Lamar hat sehr große Pläne, er möchte nämlich Texas bis an den Pazifik ausweiten, bis an die Bayer de California. Also, was ihr jetzt so gerade so ein bisschen die Karte von Amerika im Blick habt. In Mexiko gibt es so eine Halbinsel, die von Kalifornien an der Küste runter geht, das ist die Bayer de California. Bis dahin möchte er vorstoßen und er möchte Texas als einen unabhängigen Pufferstaat zwischen Mexiko und den USA etablieren. Der quasi komplett von einer, eine Ostküste und eine Westküste besitzt. Also quasi Golf von Mexiko auf der Ostseite bis zum Pazifischen Ozean auf der Westseite sozusagen in Anspruch nimmt. Genau. Strammer, strammer Anspruch. Ist das strammer Anspruch? Es klappt auch letzten Endes nichts, denn nur wenige Jahre nach der Anerkennung durch die Franzosen im Jahre 1845 kommt es zur Annexion von Texas durch die USA. Annexion, okay. Ja, genau. Also Texas wird erstmal annektiert. Die Amerikaner sagen, das ist jetzt unseres. Es kommt aber wenige Monate später darauf zu einer Abstimmung im Kongress und Texas wird daraufhin als Bundesstaat in die Union aufgenommen. Was war denn die Begründung der Vereinigten Staaten, dass die jetzt Texas einfach annektiert und für sich jetzt beansprucht haben? Also zum einen die Pläne von Sam Houston und zum anderen die hatten bereits Verhandlungen aufgenommen, bevor sie dann einseitig abgebrochen wurden. Genau, die hatten bereits Verhandlungen aufgenommen und zum anderen erinnern wir uns 1830 wollten die Amerikaner Texas ja schon mal kaufen. Und jetzt müssen wir im Hinterkopf behalten, mit dem Louisiana Purchase hat es natürlich eine riesige lange Grenze, denn interessanterweise nach Westen hin das Louisiana Gebiet grenzt ja an Texas beziehungsweise an Kalifornien beziehungsweise an New Mexico. Letzteres gehört zu dem Zeitpunkt noch zu Texas und letzten Endes war es für die Amerikaner eigentlich nur logisch, sie wollten es eh haben, sie haben amerikanische Siedler auf dem Gebiet und die Annexion war für die Amerikaner dann letzten Endes eine klare Sache. Tatsächlich hat aber jemand was gegen diese Annexion, nämlich die Mexikaner. Sie haben zwar den Unabhängigkeitskrieg verloren, sie finden es aber jetzt total blöd, dass die Amerikaner Texas jetzt annektieren. Hatte dann doch irgendwas Gutes zwischen den Vereinigten Staaten und dem eigenen Gebiet irgendwie sowas wie die Pufferzone zu haben, oder wie? Ja, letzten Endes, aber was jetzt folgt, ist nämlich der mexikanisch-amerikanische Krieg von 1846. Mhm, mhm. Und wie wir uns vielleicht denken, die Mexikaner hatten schon Probleme, ihren Staat zu konsolidieren und die Unabhängigkeit von Texas abzuwenden. Der mexikanische-amerikanische Krieg endete damit, dass die Mexikaner ihre Ansprüche auf Texas komplett sein lassen und darauf verzichten. Ja, ich meine, der endet noch mit gewaltigen anderen Sachen. Also als dann der mexikanische-amerikanische Krieg zu Ende geht, hat Mexiko einige Territorien verloren. Sie haben im Endeffekt das Gesamte, was Süd-Kalifornien ist, verloren, ein Jahr später mit dem kalifornischen Goldrausch echt echt böse für die Mexikaner wird. Sie verlieren im Endeffekt einen Großteil von dem Gebiet, was New Mexico dann später heißen sollte. Sie verlieren einen Großteil von dem Gebiet, was später Arizona werden sollte. Und Texas wächst auch nochmal, weil gewisse Regionen dann auch noch dem texanischen Staat zugeschlagen werden. Also es ist eine Menge Territorium, die Mexiko da in dem Krieg an die Vereinigten Staaten verloren hat letztendlich. Ja. Und witzigerweise ist der mexikanische-amerikanische Krieg auch sehr prägend für einige Figuren der amerikanischen Geschichte. Sowohl Robert E. Lee als auch Ulysses Grant als auch der spätere konföderierte Präsident Jefferson Davis waren allesamt im amerikanisch-mexikanischen Krieg. Wir hatten es bei der Folge mit dem Eggnog-Riot so ein bisschen mit anklingen. Das war der erste richtig große Krieg, bei dem sich die amerikanische Offiziersausbildung für die eigene Armee jetzt mal in Anführungsstrichen ausgezahlt hat, wo quasi jetzt gelernte durch akademische Laufbahnen und militärische Manöver gedrillte erfahrene Offiziere Einheiten in den Krieg geführt haben. Ja, ganz genau. Auf jeden Fall der mexikanische amerikanische Krieg beendet ein für allemal alle Versuche von Mexiko Texas wieder habhaft zu werden und Mexiko verliert auch noch sehr viele weitere Gebiete und zementiert so ein bisschen die Grenze zu Mexiko wie wir sie heute kennen. Gut, jetzt haben wir aber noch ein grundlegendes Problem. Texas ist jetzt Teil der Vereinigten Staaten aber wie wir uns erinnern das Verbot der Sklaverei hat damals schon für Unmut gesorgt und so ist es nicht verwunderlich dass Texas im Jahre 1861 beschließt sich den konföderierten Staaten anzuschließen. Hier vielleicht auch noch so ein bisschen eine Ergänzung wir hatten das ja davor schon so ein bisschen Texas ist ein sehr unwirtliches Land und es ist jetzt nicht unbedingt so als ob Texas wegen seiner reichhaltigen Bodenschätze von Amerika annektiert von den Vereinigten Staaten annektiert wurde. Kam es sehr sehr viel später. Nein, ja genau weil heute denken wir vielleicht an Texas so das Texas der 80er Jahre der 1980er Jahre so diese Öl die Öl Milliardäre und dergleichen aber der große Witz ist Erdöl war Mitte des 19. Jahrhunderts wertlos. Das konnte man so irgendwie vielleicht so zwischenzeitlich nach irgendwann mal so konnte man wenn man Benzin gewinnen konnte konnte man das vielleicht irgendwie zum Entfernen hartnäckiger Flecken aus Wäsche verwenden aber es gab einfach keine sinnvolle Anwendung Kerosin für Lampen war damals irgendwie eine nennenswerte Errungenschaft und wenn Leute in den 1850ern 1860ern Viehwirtschaft betreiben wollten die wollten Wasser und wenn sie irgendwie in den Boden gegraben haben und statt klarem trinkbarem Wasser kommt nur so eine schwarze stinkende Brühe ans Tageslicht dann war das für die wertlos und dementsprechend eben auch wir reden hier auch noch nicht vom Texas der Rinderbarone das kam ja auch erst später hatten wir in der Folge mit der Open Range ja auch es gab im Norden ganz im Norden von Texas gab es Baumwollplantagen und wie man das irgendwie so im Klischee kennt auch da in dieser Zeit Baumwollplantagen hat halt sehr auf manuelle Ernte gesetzt und da wurden waren Sklaven in jener Zeit essentiell und ansonsten war es mit großen Wirtschaftsfaktoren in Texas einfach nicht gut bestellt ja das einzige was Texas noch ein bisschen hat oder auch damals schon hatte und heute noch hat ist Fischereiwirtschaft auf der Ostküste da sind wir nämlich am am Golf von Mexiko und ansonsten ist das großes weites leeres Land um das sich wir haben es jetzt 1861 seit über 40 Jahren schon ordentlich gestritten wird und die Leute die da wohnen die sind Kampf und quasi um ihr eigenes Land und ihr eigenes Recht zu kämpfen gewöhnt und wenn jetzt da irgendwie eine Regierung in ganz ganz fern in Washington also ich meine Texas ist zu dem Zeitpunkt irgendwie einer der Staaten einer der Flecken der viel weiter kann man von der Zentralregierung der Vereinigten Staaten nicht weg sein ja also wenn dann einer in fern in Washington dann den Leuten die seit Jahrzehnten gewohnt sind um jeden Flecken Land und das was ihnen gehört zu kämpfen denen dann gesagt wird Sklaverei wird abgeschafft und ihr habt keine ihr müsst jetzt selber gucken wie ihr irgendwie das bisschen Ernte einholt das ihr da haben könnt ja dann wird das nicht unbedingt positiv aufgenommen ja wir springen jetzt mal ein bisschen vor Texas tritt der Konföderation bei wir wissen wie der amerikanische Bürgerkrieg geendet hat vier Jahre später wird von Washington ein Gouverneur eingesetzt Andrew Jackson Hamilton und der beginnt die Reconstruction die Reconstruction das haben wir bis jetzt glaube ich immer nur so ein bisschen angeschnitten ist quasi die Wiedereingliederung der ehemaligen Südstaaten in die Nordstaaten das heißt es werden Gouverneure eingesetzt und die sollen jetzt dafür sorgen dass diese ehemaligen Südstaatler parieren und sich wieder in eine gesittete Union einführen jetzt ist aber wie du schon erwähnt hast Texas relativ weit ab oder weit weg von Washington zu dem Zeitpunkt quasi eines der äußersten Bundesstaaten die in diesem Bürgerkrieg gekämpft haben das heißt die Reconstruction geht nur sehr schleppend voran im Bundesstaat Texas wenn wir an das Texas denken des wilden Westens an das Texas das sehr wilde harte Schießereien mit sich bringt das Texas in dem es Blutfäden gibt wo quasi einer ein Mitglied einer Familie jemanden erschießt und dann kommen die ganzen Freunde und Verwandte von denen und tun jemanden von der anderen Familie als Rache erschießen das Texas das Leute wie Billy the Kid und dergleichen hervorgebracht hat das ist das Texas der Reconstruction Era genau und das ist tatsächlich auch diese Phase die sehr 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 prägend ist für den wilden Westen in Texas denn die Reconstruction endet offiziell erst im Jahre 1870 mit der Wiederaufnahme der texanischen Abgeordneten im Bundeskongress so richtig endet eigentlich die Reconstruction eher erst mit dem Kompromiss von 1877 also nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl von 1876 ja ja 1870 werden texanische Vertreter wieder in den Kongress aufgenommen damit ist aber die Reconstruction Era noch nicht vorbei das stimmt ja hast du recht aber am Ende wenn wir verstehen wollen wo dieser dieser Western-Mythos Texas herkommt der kommt aus genau dieser Zeit also wir haben jetzt die Leute die das Land quasi der wilden die leeres Land der Wildnis entrissen haben und den Comanschen die dann gegen die Mexikanische Unabhängigkeit erstritten haben in heroischen Gefechten wie die Alamo dann im amerikanischen mexikanischen krieg nochmal ihre Unabhängigkeit von Mexiko weiter verteidigen mussten dann im Bürgerkrieg auch noch für die Konfrontierten gekämpft haben und dann auch die Reconstruction über sich in Anführungszeichen ergehen lassen mussten wir sind weit weg von Washington von der Zentralregierung wir haben auch wir haben es in der Open Range Folge schon gesagt wir haben eine Großzahl wilder Rinder die man auch einfangen kann und du kannst in Texas nicht so viel anderes machen wenn du in Zentral Texas bist als Rinder Zucht Rinder Treiben die Viecher von A nach B du hast diese Rinderstädte wie Fort Worth und diese Gemengelage die wir hier jetzt quasi beschrieben haben die führt dazu dass sich in Texas dieses Cowboy Bild etabliert denn letzten Endes man ist der Selfmade Man der Unabhängige der sich gegen alle Widerstände durchsetzen muss und der Wildnis trotzen und dabei einen Cowboy Hut tragen auf dem Pferd mit dem Colt für seine Rechte streiten und deswegen wir haben sie in so einer Folge gehabt wie mit Dallas Daudenmayer das Städte wie El Paso da ging es richtig brutal und raubeinig zu ich meine der Ort hatte ja nicht umsonst den Spitznamen Hell Paso und da kommt übrigens dann auch noch mal das Selbstbildnis her weil die Vereinigten Staaten jeder Staat der Vereinigten Staaten ist auf der amerikanischen Flagge mit einem Stern verewigt aber Texas steht für sich selbst Texas ist zwar Teil der Vereinigten Staaten aber Texas hat sich alles nach dem texanischen Selbstverständnis selber erstritten hart erkämpft und verteidigt es auch selber und deswegen ist Texas eben Teil der Vereinigten Staaten und sehr stolzer Teil der Vereinigten Staaten ich glaube in kaum einem anderen amerikanischen Bundesstaat siehst du heute mehr stolze Flaggenwedler leben als in Texas aber man ist eben nicht nur der Union State man ist eben der Lone Star State und was übrigens ganz interessant ist weil die texanische Kultur sehr viele Einflüsse eben mitgenommen hat aus seiner Geschichte also man kennt zum Beispiel die Tex-Mex-Küche das klassische Chili Chili ist kein mexikanisches Gericht Chili ist ein texanisches Gericht und erzähl bitte keinem Texaner dass Chili was mexikanisches denn der wird dir schwer widersprechen und dir sein eigenes Chili Rezept geben ich war ich war ja mal auf dienstlich in Fort Worth und die haben uns dann ganz ganz stolz zur lokalen texanischen Küche eingeladen in ein Tex-Mex Restaurant ja aber das gehört zu Texas wie Rodeo und Rinderhörner und Cowboyhüte also es ist einfach das gehört einfach dazu ja was übrigens auch sehr interessant ist ich hab's ja schon mal angeschnitten in Texas gibt's auch eine sehr große Gemeinde an deutschstämmigen ja das ist mir tatsächlich selber mal passiert in Fort Stockton in Texas dass uns jemand angesprochen hat auf Deutsch und er gesagt hat ja sein Name ist so und so und er kommt aus Yocom Texas und dann hab ich's mal gegoogelt und Yocom Texas ist in den Texas Hills eine ein riesiger Fleck der von deutschen Auswanderern gegründet wurde und die da eben Ranchwirtschaft betrieben haben oh weißt weißt du warum eigentlich so viele Deutsche nach Texas gekommen sind das ist ja auch so recht interessant also ich weiß sie kamen im Zuge der 1848er in großen Zahlen kamen sehr sehr viele aber auch schon in den Jahren in den Jahren davor speziell zwischen 1844 und 1847 gab es in Mainz den sogenannten Adelsverein ja der Mainzer Adelsverein stimmt ja ja genau also Mitglieder des Mainzer Hochadels die quasi eine Art Auswanderungsunternehmen betrieben haben in der Hoffnung dass man in Texas das gerade irgendwie amerikanisch geworden war aber irgendwie noch so Texas wurde quasi so proklamiert als dieses neu gewonnene Land wo jeder hingeht und viel Land für sich in Anspruch nehmen kann denn naja da gibt es kaum Leute aber viel Fläche ja und im Gegenzug dazu war Deutschland also das deutsche Reich das deutsche Gebiet einfach überbevölkert sehr viele Leute die naja wo es halt üblich war dass der älteste erbt was oder wenn wenn mehrere Söhne in der Familie bestehen wird wird das Land geteilt und dann hat jeder immer immer kleinere Flächen und irgendwann nichts mehr zum bewirtschaften und deswegen war das sehr attraktiv und die Leute dachten dass Texas eine super tolle Gelegenheit wäre um da sich ein eigenes Land zu nehmen und zu bewirtschaften und deswegen sind tausende von Deutschen schon vor den 48ern gezielt nach Texas geschickt worden um dort so eine Art deutsche Kolonie zu errichten ja deswegen gibt es übrigens Friedrichsburg beziehungsweise Fredericksburg Fredericksburg ist tatsächlich sehr interessant Fredericksburg ist nämlich das einzige County also das liegt in Gillsby County und Gillsby County ist das einzige County in den USA wo heute noch sogenanntes Texas Deutsch gesprochen wird das heißt bis zum Ersten Weltkrieg tatsächlich gab es sehr viele Gegenden in den USA die sogenanntes Texas Deutsch gesprochen haben also eine englisch-deutsche Mischsprache und die kommt die geht auf den Mainzer Adelsverein zurück und tatsächlich erst mit dem Ersten Weltkrieg wo sich quasi generell die Stimmung gegen die Deutschen gewendet hat hat man in den USA generell aufgehört Deutsch zu sprechen bis dahin gab es sehr sehr viele deutsche Zeitungen und Brauereien haben sich umbenannt also Anheuser Busch heißt heute noch Anheuser Busch aber ja ich meine 1870 ich habe da so eine Zahl 1870 sprach ungefähr ein Drittel der Bevölkerung von San Antonio also der texanischen Hauptstadt Deutsch nach dem Bürgerkrieg 1865 wurde in San Antonio eine Zeitung gegründet die wir hier auch schon mal erwähnt haben nämlich die Freie Presse für Texas also eine deutschsprachige Zeitung für die Deutschen oder Deutschstämmigen in den Vereinigten Staaten und die halt einfach so typisch deutsche Anzeigen auch schon ich habe da ich habe da Anzeigen gefunden Schützenfest Schützenkönig Kegelverein Richtfest Richtfest für den Turnverein San Antonio also es ist es liest sich einfach so typisch Deutsch vorne und hinten ja und eben weil du die 48er erwähnt hast natürlich sind dann ab 48 auch sehr viele Deutsche deswegen nach Texas gegangen weil durch die Bemühungen des Deutschen Adelsvereins waren bereits viele Deutsche in Texas und wenn dann andere Siedler in das Land kommen und halt die englische Sprache nicht können naja dann gehen sie halt dahin wo sehr viele Einheimische sind bereits also nach Texas ja natürlich auch in andere Staaten also Nebraska war gibt es irgendwie Erhebungen da waren die waren zwischen 80 und 90 Prozent Deutsche oder Deutschstämmige dort aber Texas ist eine der ganz ganz großen deutschen naja Einwanderergebiete gewesen wir runden mal die die Story ganz kurz ab wir gehen mal über den Wildwestteil hinaus um den es eigentlich gehen soll du hast es schon erwähnt 1880 wird Erdöl entdeckt was dann im Zuge um 1900 rum nochmal zu einer Revolution in Texas führt denn jetzt sind es nicht mehr die Cowboys die das Land bestimmen sondern es sind die Erdölmagnaten beziehungsweise Erdöl wurde natürlich in Texas vorher schon entdeckt aber man hat halt eben diese Raffinerien oder die Raffinerie von Erdöl das Prinzip erkannt und entdeckt dass halt naja aus Erdöl ein sehr energiereicher Kraftstoff gewonnen werden kann mit dem halt Maschinen viel effizienter betrieben werden können als mit Kohle und hinzu kommt wir sprechen um die 1900 rum es ist auch die Zeit wo Öl generell und aus Öl gewonnene Kraftstoffe generell an Bedeutung gewinnen wir haben so langsam einen Aufstieg des Automobils der Erste Weltkrieg wird schon ist schon sehr sehr ein Krieg auch des Automobils es wird sehr viel mit Fahrzeugen gearbeitet und auch die spätere Zeit das heißt jetzt wird Erdöl zu einem weltbestimmten Rohstoff und das macht Texas natürlich auch plötzlich plötzlich war man nicht mehr weit weg von Washington dieser Far Off State sondern plötzlich ist man dort wo das Geld quasi aus dem Boden sprudelt im wahrsten Sinne des Wortes und ich meine Texas hat natürlich der Rinderboom schon ein bisschen geholfen nicht mehr der ärmste Staat der Vereinigten Staaten zu sein der es sehr lange war aber mit dem Erdölboom wurde es halt quasi schlagartig zu einem der reichsten wenn nicht sogar dem reichsten Staat der Vereinigten Staaten tut natürlich auch einiges fürs Selbstverständnis wo wir schon erwähnt haben dass die Leute in Texas ja eh schon sehr wir haben uns das alles hart erkämpft waren und jetzt hatten sie auch noch Macht und Einfluss genau das ist einmal abgerissen in nicht ganz einer Stunde die Geschichte von Texas es war sehr sehr viel Stoff aber wir haben das jetzt wir haben da auch ein paar Exkurse eingeschoben ich bekenne mich schuldig dass ich da ein paar Mal auch so ein bisschen das Heft an mich gerissen habe ja man könnte auch man kann auch ewig erzählen also weil Texas wie gesagt Texas ist riesig und die eine Seite von Texas ist komplett anders als die andere wie gesagt an der Ostküste sind es mehr Fischer im Panhandle waren es mehr die Baumwollplantagen in der Mitte sind es wirklich die Rinderbarone oder einfach die wilde Wildnis Richtung Rio Grande zum Süden hin ist es wildes Grenzland zu Mexiko hin es ist einfach ein es ist der zweitgrößte Bundesstaat dementsprechend vielfältig ist er auch ja und wir hatten es ja schon erwähnt gerade in dieser Reconstruction Era und in dieser Zeit nach dem Bürgerkrieg ging es halt in Texas entsprechend wild und heiß her also der gewalttätige wilde Westen ist halt in erster Linie durch Schießereigeschichten aus Texas geprägt gestalten wie Billy the Kid aus Texas Dallas Daudenmayer wir haben ihn bereits gehabt aus Texas Killer Miller Jim Deacon Jim Miller andere Westernlegenden wie John Wesley Hardin über den wir auch unbedingt mal reden müssen oh ja stimmt oder Emmanuel und Manny Clements Jr der Clements Clan der auch seine eigenen privaten Fäden geführt hat ich habe hier ein Gunfighter Lexikon rumliegen ich habe es leider gerade nicht zur Hand da hat jemand sich mal die Mühe gemacht und hat wirklich namentliche Gunfighter also Leute von denen bekannt ist dass sie sich in dieser Zeit des alten und wilden Westens mindestens zwei Schießereien geführt haben und da zählt er mal so Jahr für Jahr auf wie viele Schießereien es eigentlich in welchem Bundesstaat gab und Texas führt die jährlichen Statistiken mit Abstand an es gibt irgendwie Jahre da heißt es dann irgendwie 1876 Texas 13 Schießereien der nächste Staat mit den meisten Schießereien Neu-Mexiko mit 4 also ungefähr so darf man sich das vorstellen also gerade diese wilden Schießereigeschichten die man im Kopf hat sind so diese Legenden die in erster Linie naja von der rauen Art wie man sich es aus Texas erzählt hat hervorgegangen ist du kannst ja heute noch Ärger mit dem Texaner einfangen richtig Ärger wenn du meistens Chili tust nur mal so nebenbei ja und ich meine Texas ist immer noch einer dieser Staaten die sehr die Open Carry hier plädieren dass du halt wirklich mit der Waffe offen rumlaufen kannst was wenn du mal in For Worth zu Gast bist ja das kann für interessante Anblicke sorgen für jemanden der das nicht gewohnt ist ja ist ein interessanter Anblick in jedem Fall ja aber da sind wir dann eben auch ja was hat das Ganze beeinflusst ja wie gesagt es gibt so Legenden von denen hat jeder gehört Billy the Kid ganz ganz vorne weg die Alamo ist so ein legendärer Fall also allein die Battle of the Alamo hat diverse Western Filme geprägt und beeinflusst Gestalten wie Sam Houston oder Stephen Austin sind so derart Volkslegende bis in die heutige Zeit und falls sich jemand gewundert hat ja in der WWE Stone Cold Steve Austin der hat seinen Namen nicht von ungefähr und es ist dahingehend wahrscheinlich auch kein Zufall dass eben sehr viele John Wayne Western oder eben gerade auch Italo Western eben ausgerechnet in Texas spielen ja und auch wenn man wenn man sich es gibt es gibt also dieses Film Genre ich würde es jetzt nicht zu Western zählen wir haben über Western schon gesprochen aber es gibt den den Hollywood Film wo Cowboys moderne Cowboys drin vorkommen ne also der der Typ vom Land kommt in die große Stadt und erlebt da Dinge und ist halt der Typ vom Land und trägt meistens Cowboyhut und entweder ist er aus Texas oder er wird nicht müde zu erwähnen dass echte Cowboys nicht aus Texas kommen oh ja echte Cowboys kommen aus wo Oklahoma ist genau oder Arizona oder New Mexico aber es wird man wird nie müde sich daran abzuarbeiten dass Texas der Cowboys State ist heute wird da jemand in Wyoming wahrscheinlich irgendwie ganz krumm kommen äh ja deswegen oder Arizona oder New Mexico oder Nevada oder Yellowstone spielt Yellowstone spielt in Wyoming nicht ganz ohne Grund aber ja genau also das ist Texas der Lone Star State und da sind jetzt sehr viele Aspekte dabei wir haben das jetzt sehr schnell abgerissen dass wir unter der Stunde bleiben können aber da sind sehr viele Aspekte dabei die wir in einer eigenen Folge eigentlich besprechen müssten ich meine die ganzen Revolverhelden einmal abgesehen aber die Texas Rangers zum Beispiel haben wir jetzt nur ganz ganz kurz und am Rande erwähnt und dabei ist es eigentlich auch eine der texanischen Institutionen schlechthin von denen man gerne so sagt wenn es in der Stadt einen Volksaufstand gibt schicken die Texas Ranger einen Mann um den Volksaufstand niederzuschlagen oder halt eben die Battle of the Alamo also da müssen wir auch nochmal ganz ganz gründlich drauf eingehen aber das ist alle Zeit die uns für heute bleibt wir werden auch definitiv wieder nach Texas zurückkehren ja auf jeden Fall es ist es ist noch so viel zu erzählen aber das jetzt erstmal als als kleiner Überblick mit den Worten von David Crockett you can all go to hell I go to Texas und ansonsten wenn euch jetzt irgendwas aufgefallen ist wo ihr noch mehr wissen also wir werden Folgen dazu machen aber wenn ihr jetzt das dringende Bedürfnis habt etwas über John Wesley Harden zu erfahren was ich zum Beispiel sehr gerne würde dann schreibt uns eine E-Mail an westernunchained at gmail.com oder wenn euch sonst irgendwas gefallen habt oder wenn euch irgendwas aufgefallen ist was nicht gestimmt hat vielleicht haben wir uns um eine Jahreszahl vertan oder so schreibt uns auch das und jetzt auch ganz neu ihr könnt uns auch einen Kaffee ausgeben schaut einfach vorbei bei ko-fi die Adresse ist ko-fi.com slash westernunchained ansonsten freuen wir uns auf das nächste Mal apropos das nächste Mal Sibi worüber wollen wir denn das nächste Mal reden? wir haben wir sollten über ein Thema reden das wir eigentlich immer nur am Rande behandelt haben und auch hier ist es wieder am Rande ein bisschen gefallen bei Buffalo Bill ist es am Rande sehr viel erwähnt worden und wir haben auch einige Zuschriften bekommen wir haben jetzt ein Jahr lang westernunchained gemacht und wir hatten bislang noch keine einzige Folge mit einem indigenen Protagonisten wir haben sehr lange damit gehadert und überlegt wie können wir einem solchen Thema gerecht werden dass einen Native ausgewogen schildert und nicht zu klischeehaft und dabei ist mir eingefallen man müsste eigentlich mal wirklich mit Klischees und Vorurteilen ein bisschen aufräumen oder zumindest Sachen ein bisschen in ein anderes Licht rücken was was hatte es eigentlich damit aus sich mit den ganzen gebrochenen Verträgen mit Indianern was ist eigentlich dran an so so Indianer und vor allem Kalmai Klischees wie Winnetou dem großen Apachen-Holptling und dergleichen und deswegen habe ich mir gedacht wir machen mal wieder eine allgemeine Folge und reden ein bisschen über Native Americans im wilden Westen Klischees Vorurteile und die teilweise unangenehme wirklich unangenehme harte Realität Ok Spannendes Thema Spannendes Thema Schwieriges Thema aber ich hoffe wir kriegen das Ganze hin Ja und bis dahin wünschen wir euch einen guten Morgen einen guten Tag einen guten Abend wann immer das hört Bleibt fest im Sattel Amigos und Amigas und Adios Ciao ajnd Gruppe Absatz anno B B B B B B Vielen Dank.